Musik 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 Wo ist denn das jetzt hergekommen? Aus deinem Wasserkocher Ei 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 Macht nix Ok Google Handschuhe Ich habe in deiner Nähe mehrere Einträge zum Thema Handschuhe gefunden Wieso wissen? Ok Google Ok Google Kartoffelsalat Ist erfüllend Laut Wikipedia Kartoffelsalat mit ausgekochten Kartoffeln und weiteren Zutaten Wir brauchen einen Timer Ok Google Ok Google Ok Google Wir brauchen dann den Timer Bitte Verstanden? Für wie lange? Warte kurz Warte kurz Entschuldigung, für welche Dauer bitte? Warte kurz Alles klar Alles klar, aber dazu musst du zuerst dein Gerät entsperren Pfff Ist jetzt ungünstig Wir haben alle die Hand voll Ok Google Entsperre dich Ok Google Warte mal Wo ist jetzt die Außenseite? Ich bin immer noch nicht sicher, wie lange dein Timer laufen soll Eine Minute 30 Das ist außen, wenn sie es einfach 90 Sekunden Ja, das ist außen 90 Sekunden Wir antworten die Kamera Eine Minute und 30 Sekunden Es geht los Dum 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 So, wie muss ich jetzt da unten? Ja, genau Das halt ist ein bisschen kompliziert für das Entschuldigung, oder? Achso? Ja, das ist leichter Brauchst du Hilfe eigentlich? Ja, ich? Ja, genau Das schaut nicht so aus Das wuppelt nicht viel, weil das hängt ziemlich drauf Ja Jetzt muss ich nur irgendwie schaffen, dass es da wirklich schön rot drauf kommt Mhm Das wird eher spannend werden Mhm Ich dunke mir sowieso so schief ein Und dann, blub da unten Ich hoffe, dass ich der da drüber anlegte Öh Ich sollte in 7 Minuten beim Neuholz sein Und der wohnt wo? Ja, aber Das geht's nicht ganz aus Das ist nicht so tragisch, wenn ich noch ein bisschen später komme Ich sollte noch was arbeiten, oder? Mein Moped machen Ah Loppy Loppy Hast du echt einen Helikopter gekauft? Nein, Hauptfrau Nicht so viel Wogel, Manuel Hör auf mit deinem Abkleben Geht's schon? Hör auf! Geht's schon? Geht's schon? Ja 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 Jetzt ist er ja Das schaut nicht so super aus Das schaut nicht so super aus Cool, das schaut gut aus Das schaut super aus Aber das war jetzt wenig aktivater glaub ich Das sollte ja nicht so sein, oder? Ich weiß nicht, nein Geht's ja ernst, sonst wird er aufgetrun Ja 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 Ich hab gar nicht den Aktivator aufgespielt, sondern hier Ich weiß nicht, was du genommen hast Das wär witzig Ich schau mal, ob die Graße das da Schau dir gut Was? Oder so viel Italienisch wie die letzten paar Wochen Okay Entschuldigung Jetzt nicht Timer Ich hab gar nichts gemacht In Ordnung, für welche Dauer? 90 Sekunden Ah, da kommt eine Luftblasen rein Der Ding hat sich gar nicht gestaut Da ist eine feite Luftblasen drin Der Timer hat sich gar nicht gestaut Sehr Du musst gucken, wie du damit zurechtkommst Scherz krieg's Scherz Ja, wie soll ich das? Ich bring das nicht aus hin Vielleicht... Ja, warte, lass es Vielleicht macht sich der Ding Der Aktivator Na, der eh Luftblasen bleibt Da komm ich ja nicht hin Sicher nicht? Ja, genau Hast du ein Ding? Hast du den Umfall gesehen, wo wir uns diesen Sonntag, wenn wir alle seine Bremsen aufgeben haben Und er vom Motorrad bei 200 abgestiegen ist Und das Motorrad jetzt im Gewand kam? Ja Ja, es hat geil ausgedacht Da machen wir schon Das muss jetzt klappen Das jetzt sollte er ausgeschaut Oder er reißen über die Bremse Der geht schon weg Das macht euch der Das ist das Richtige? Ja Die war der Aktivator Ich kann jetzt nicht machen Ich kann jetzt trotzdem nicht Du musst warten Ich kann jetzt trotzdem nicht Es sind 40 Sekunden Oh my goodness me That's my friend Oh my goodness me Das ist kaputt 200.000 Euro vom Teufel Das waren jetzt 200.000 Euro Das waren jetzt 200.000 Euro Das brennt wird sein wahrscheinlich Geht's an? Geht's an? Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Mit dem weg hast du erst in der Frühjahr aus? Jetzt schaut's gut aus Jetzt schaut's euch gut aus, ja Jetzt schaut's euch gut aus, ja Kann ich schon? Ja Alter, das wird ein richtig mördergeschosseschen Ja, jetzt genug Jetzt kommt dein Ohr mitgeschlapzt Schau, so macht man das man halt nicht Wie so ein Bewegungslegastheniker War geil Oh ja, schaut das War geil War geil Na Das ist wurscht Wie ist denn das passiert? Das ist wurscht, das lackierst irgendwie So wie Das ist Aber wie geil Wie geil Wie viele Kunstleden sind Dass so Grisspiegel innen sind Hallo Geil Komm Wie geil Okay, Gorgel Okay, Gorgel 30 Sekunden Timer 30 Sekunden Timer 30 Sekunden 30 Sekunden 30 Sekunden 30 Sekunden Alter, das schaut voll geil aus Klar 30 Sekunden Klar Da ist doch verkackt Wir? Wir? Wenn was ich, geht's sonst immer wir Ich hab's zweck Wacke Hinten Kann das sein? Ich weiß Das ist ja Ich hab's gesagt Ich hab's gesagt Ich hab's gesagt ...